ich bin wieder vom urlaub zurück und muss natürlich eure analysen weiter bearbeiten heute kommt ein ergebnis von einer dame die weiß dass die armenische herkunft hat und zwar aus dem grenzgebiet zu aserbaidschan die stadt nennt sich koris und jetzt schauen wir mal an ob alles so rauskommt wie sie vermutet hat als erstes wird ein großer westasienanteil vorhanden sein das war klar dann kommt mit 12,1 ein griechisch und süditalienische anteil mit 4,7 ein oriental anteil 2,1 italienerin und und 2,1 prozent aserkanische jüdin so vom ergebnis her könnte ich jetzt nicht sagen das sieht jetzt typisch armenisch aus oder auch die faktoren was ist jetzt armenisch bei my heritage weil my heritage ist ja da sehr labil und auch jetzt nicht ich sage jetzt mal eindeutig schauen wir uns mal erst mal die wahl und werte an und zwar bin ich auf die k 13 werte gegangen und als man mal gespannt ob das auch so rauskommt und siehe da tatsächlich mit einer distanz von 6,22 das ist jetzt eine nahe distanz jetzt aber nicht so 100 prozent nah aber es ist sehr nah armenien also armenia und dann kommt griech pontus mit 8,66 dann türkisch east black sea das ist das die gegend um eben trabsohn risse diese gegend mit 8,73 dann kommt juden aus dem kaukasus der türkman irak ist dann schon bei zehn das sind ist dann schon ziemlich weit weg aber ist interessant tatsächlich das war du mit k 13 eindeutig dass also das armenische identifiziert hat schauen wir uns noch die geld match werte an da schauen wir uns natürlich jetzt auch die werte an die von euro games k 13 direkt herausgespuckt worden sind und auch hier sieht man als erstes der armenier mit 6,13 dann der georgische jude mit 8,13 der assyra mit 9,44 hier ist all die zuordnung ein bisschen anders wie bei wajudo wobei ich habe euch gesagt bei wajudo ist es wirklich eine sehr feine analyse und bis jetzt muss ich sagen bin ich sehr begeistert davon und man sieht dass zum beispiel ist für mich also der türke kommt bei 12,52 dass die distanz schon ziemlich weit weg ja aber unten ist das recht lustig da sieht man dann es könnte auch 50 prozent aber abkhazier sein und 48 prozent libanesische druse also ein semitisches volk oder umgekehrt man könnte auch sagen 94,5 armenier und 5,5 lesken tabarschan oder kurdisch leber das in papua norwegien also ist immer recht interessant wie dann der rechner diese mixturen herausbringt jetzt schauen wir uns noch kurz doch die dodikat werte an was auffällig ist das habt ihr wahrscheinlich gemerkt es ist es ist überhaupt kein ostasien gene davon vorhanden gar kein ostasien es ist südasien mit 2,02 vorhanden und der west asien anteil mit 39,6 relativ hoch aber auch der ist mediterranean anteil mit 37,37 ist sehr hoch aber kein einziges ostasien gehen vorhanden von der struktur her auch bei dodikat k12 b schaut euch mal den kaukasus anteil bei 49,56 das ist wirklich sehr sehr hoch geht rosa ebenfalls sehr hoch mit 20,23 wirklich hoch dann der southwest asien anteil das ist die arabische halbinsel da damit 13,42 ist auch höher wie bei zum beispiel bei türken oder bei griechen und auch wieder hier kein part von ostasien und man sieht es kommen auch nur von den zwölf bereichen nur sechs bereiche vor hier kommt aber dann die auswertung ein bisschen anders hier kommt erst der aserbaidschanische jude und dann der armenia raus wobei der armenie hier dann auch noch mal auftaucht wahrscheinlich gibt es hier noch mal unter projekt und unten in der mixtur sieht man eigentlich eben überwiegend also der 60 bis 70 prozent armenisch und hier sieht man dann iranische völker hier also kurden iraner lässigen wieder kurden tatschiken auch hier ganz interessant die mixtur aber es ist tatsächlich der größte anteil ist armenisch wie auch vermutet was jetzt noch wichtig ist ich wollte etwas über die cut zeigen einen augenblick nicht die cut über war nur da wollt ihr auch mal was im moment wenn ihr war gut rein ihr braucht hier seht ihr einmal das sind die rohdaten und hier habe ich zum beispiel mit opel ebenfalls habe ich diese text datei die k 13 datei reingenommen und dann add to source dann ist dann dieser wert hier drin in source wenn man dann das target eingibt es ist dann die person und zwar die werte von get match euro games k 13 bevor ihr aufs orakel drückt und bei distanz hier könnt ihr dann 0 25 also 0 und 25 dann gibt es nicht diese farbliche abweichung weil wenn ihr zum beispiel hier 0 10 rein schreibt dann schaut es nämlich ganz anders aus dann schaut sie mich so aus ok das war's bye bye bis zum nächsten mal und bitte gib mir ein bisschen zeit ich schaffe nicht mehr als ein bis zwei videos die und ich hatte jetzt ja auch urlaub also ciao ciao